Früher habe ich mir nicht recht viele Gedanken darüber gemacht, wie kommt eigentlich mein Wasser zum Wasserhaut. Ich bin Stefanie Wimmer, bin seit sieben Jahren bei einem Unternehmen und ich bin in der strategischen Einkäuferin tätig. Hable fertigt Schwärmaturen und wir leisten einen wesentlichen Beitrag für sichere und saubere Trinkwasserversorgung. Made for Generations passt halt bei mir perfekt, weil meine Oma war schon bei Hable, mein Papa ist bei Hable und mein Vater ist bei Hable. Erst dann, wie ich mir die Hable-Produkte alle näher kennengelernt habe, weil die haben ja alle unter der Erde, das sieht man ja nicht, außer halt den Nitraten. Da ist mir eigentlich das Glauben, wie das eigentlich unter der Erde abläuft und das war halt dann der Hable-Effekt und vor allem auch, dass wir weltweit unsere Produkte verkaufen und halt viel damit bewirken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017